hallo und herzlich willkommen bei der neuen folge 7 days to dynamod wars and walkers ich freue mich natürlich wie immer dass ihr dabei seid und ja wir sind im hochhaus immer noch und da wollte ich ja fleißig looten gehen ich habe in den kommentaren schon gelesen gehe nicht hoch aber ich werde es trotzdem tun ich habe das spiel gestartet deswegen ruckelt es ein bisschen ich habe ein bisschen bammel hier eine fackel ist und das heißt ja meistens irgendwas verstecktes gut ja wir haben uns das aber hier mal angeguckt und da war jetzt nichts besonderes ich gucke mir noch ein paar kisten an wir haben wir schon sehr spät ist mir kalt und wie kalt erschreckend und in den meisten kisten ist ja eigentlich nur müll drin wie das hier so seltene kiste ist in der kiste was schon seltsam genug ist benutzen ja und ich bin natürlich wieder mit der vollen tasche reingegangen ja ich war jetzt ich war jetzt ich lerne es auch nie macht aber nix denn eigentlich erwarte ich hier nicht so viel außer dass ich einen auf den sack kriege ordentlich diese plates sind irgendwie komisch ich verstehe nicht so ganz jetzt verstehe ich so ein bisschen ok wenn ich die kaputt macht geht da oben dann was war jetzt schon für waffen wow erst mal fettet stampelt verändert sich da oben was ach ne die zombies brechen einfach durch die decke durch ok heidewitzger ok wir müssen dann andere wege anschlagen ich weiß gar nicht mehr wo ich herkam verdammt so wo kam ich denn her also dieser fackel die sagt ja immer dass da was ist also obacht man könnte was finden so was haben wir schon 1174 47 zum ist aber schon geplättet gut bei mir ist es jetzt aktuell 21 21 ich nehme wieder so spät auf weil ich wieder nichts auf die kette gekriegt habe nein quatsch ich habe viel auf die kette ich habe mit dem partner sollte über sieben stunden away out aufgenommen ein mega geiler koop titel kann ich kann ich nur empfehlen guckt euch den an partners und ich gehen natürlich ab wie schmitz katze ein ein traum es war einfach nur ultra witzig da ist ein geheim versteck seht ihr aber wer wer hat sich denn hier einquartiert ist ja furchtbar in so rohre voller zombies umzingelt von zum beispiel was das denn kann ja mal wieder was rauswerfen sorry dafür dass die tasche wieder randvoll ist ich habe tatsächlich noch platz oder zerlegt ja langsam weiß ich ob sie eine warteschlange wartet der ehemaliger mensch der gelebt hat hat eindeutig gerne gelesen jetzt muss ich nur die treppe nach oben finden es ist saugefährlich da oben da wird ein feral herum rennen ziemlich dicker sogar aber ich habe noch eine mission ich muss noch einen töten ein polizisten glaube ich und ich glaube es war eine dame sein fenster hinter also ist die organienaufgang wie süß was ist meine taschen haben sich die sonne ich habe schon gedacht gut fette stahlträger hat er sich das noch zugebaut hat er gut gemacht der vorbesitzer dieser ecke ich fände fände das auch nicht so angenehm ein klodreck neben mir zu haben wo ich wohne kacke wie viel kacke habe ich denn jetzt schon kakikack kacki 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 da fünfmal ne über sechsmal sehr schön das alte metallrohr gut da wollte ich aber gar nicht hin wo ich jetzt bin ich wollte eigentlich eine etat gehör Oh, mein Knüppel, der geht doch kaputt. Mein gutster Knüppel auf der Welt. Oh. Tradesman. Tradesman-Class. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Ich nehme es einfach mal und hau ab. Und hau ab. Also hier ist es auf jeden Fall falsch. Hier waren wir jetzt gerade auch. Okay. Wenn du einen Tag nicht spielst, hast du dich sofort wieder verlaufen. Wir sind bestimmt durch irgendein Loch gekommen. Kann das sein? Dann mache ich es mal weg hier. Ist leider sehr zeitaufwendig. Das ist das Problem. Mit dem Bohrer war es sehr viel angenehmer. Und wir müssen ja immer zwei so eine scheiß Dinger wegkloppen. Also irgendein Zombie ist überhaupt nicht begeistert davon, das was wir hier machen. Aber er ist auch weit, weit weg. Okay. Scheiße Ausdauer. Ah, die Stahlspitzhack ist super. Die macht schon richtig Damage. So. Also ich bin ein bisschen in Sorge wegen dem Dach tatsächlich. Denn die Zombies da oben sind nicht von schlechten Eltern. Die sind nicht von Pappe. Keine Ausdauer mehr. Könnt ihr mal einfach mal so HP generieren. Nur aus Sicherheitsgründen. Und ich habe jetzt keinen Bock, ehrlich gesagt, wieder was zu verlieren. An Wellness. Denn wir sind ja auch nicht schon ganz gut aufgestellt diesmal. Aha, das wird kaputt. So. Okay. Eine Wedding Machine. Ey, hier ist der Aufgang. Ha. Was für ein Glück. Genau, hier haben wir schon geguckt. Okay, dann geht es weiter. Oh, das mit der Ausdauer ist super heftig. Habe ich nicht was dickes zum Anziehen? Was habe ich denn überhaupt? Ich glaube, ich muss den hier ausziehen. Dann wird mir wieder wärmer. Ähm. Ja, es wird mir wieder wärmer, weil der kühlt einen ab. Ich verstehe nicht, wie der Anzug kann, aber er kann es. Er kühlt uns tatsächlich ab. Wegschmeißen wir ihn natürlich nicht. Und wir haben noch das hier. Haben wir gar nicht gefallen. Aha, da ist unser... Das können wir aber auch wegwerfen. Aber wir sind ein Slot frei. Das ist aber noch nicht das Dach, was wir jetzt erklimmen. Leider. Ich glaube, wir müssen noch eine Etage höher. Und meine Ausdauer. Man kann trinken für die Ausdauer. Habe ich denn irgendwas schmackhaftes zu sippeln? Spiritus. Spiritus kann man auch trinken, oder? Benutzen. Es gibt nämlich den Alt-Buff. Aber ich glaube, das ist mir nicht sehr betrunken. Ich hätte schwören können, der wäre mal heftiger. Ich habe gerade Spiritus gesoffen. Einen ganzen Glas. Das ist doch nicht gesund. Äh, wir haben spät. Scheiße. Warum rennt denn die Zeit so? Ah, weil ich mich verlaufen habe. Komm, hau ab. Wand. Mach dich weg. Weil letztes Mal war ich auch um die Zeit da oben und, ähm, habe den Boss, nenne ich es mal, gelegt. Oh, bitte nicht wieder ein Gitter, bitte nicht wieder ein Gitter, bitte nicht wieder ein Gitter, bitte nicht wieder... Ach, das kann doch nicht wahr sein. So eine Betonwand geht dort nicht so lange. Äh, dauert genauso lange, ne? Scheiße. Ich weiß nicht, wogegen das schlägt, aber das ist nicht die Tür. Warum habe ich jetzt einen Stein? Achso, ja klar, ich habe einen Steintasch, weil ich die Wände aufsteigen. Okay, wir müssen das bänden. Meine Ausdauer. So, eins. Einen Schlafsack hat der. Wow! Trifft der auch noch? Der Rästlige. Okay, äh, wo ist das? Blut ist das? Ah, das ruckelt gerade wie die Hölle, ne? Das ist nicht mal ein Überraschungsbesuch. Da sind überall Zombi- äh, Zombi-Hunde. Ich will das nicht jetzt mal eiskalt links liegen, okay? Nein. So, heilwitzker. So, einfach Zombi-Hunde oben haben wir schon da hinten noch. Ist wahrscheinlich so gewollt, denke ich mal. So, wir haben den 30. Tag, 18.12 Uhr. Und hier fängt es an zu leggen, ganz schön. Der Spiritus-Buff, der hilft uns doch schon auf die Sprünge. Aber auch nicht ausreichend. Naja, wie wir uns erstmal hochgekämpft haben, ist erstmal gut. Jetzt müssen wir dann nur die Nacht da doch irgendwie überstehen. Nimm unsere gute Lucille. Oh, Gottes Willen, ey. Du bist nur am kaputt kloppen. Ich vermisse meinen Bohrer. Den habe ich doch nicht gelernt. Das ist das Problem. Oder ich habe den schon gelernt. Wo ich gerade sage, haben wir den Bohrer nicht schon gelernt und könnten den rein technisch wieder reparieren. Weil das ist echt ein Multi-Super-Tool für alles. Können wir uns nicht bücken und einfach reingehen? Nein, es geht nicht. Es geht leider nicht. Oh, es ist leise. Sehr viel angenehmer. Wir sind 100 Meter hoch jetzt schon. Nicht schlecht. Ausdauer, Ausdauer. Wir haben jetzt gleich schon 19 Uhr, verdammt. So. Geht doch jetzt kaputt, Mann. Die Kakausdauer. Das müssen wir unbedingt skillen, ne, mit der Ausdauer. Das wäre ja eine Option. Warum ist die Tür denn offen? Und nicht wieder Hunde. Ja, ich weiß, was hier passiert. So. Ach, Gott sei Dank ist hier kein Gitter. Das wäre jetzt auch voll fies. Ich weiß nicht, wie viele Etagen da noch kommen. Oh, das ist das Dach. Wir sind oben. Wir sind auf jeden Fall oben. Es ist nicht immer gut, oben zu sein, meine Lieben. Es ist nicht immer gut. Ruckel, ruckel, ruckel. Ja, das Spiel richtig zu tun. Hier gab es richtig guten Loot. Verstehe diese Platten nicht. Da ist ja die Fackel. Es ist mir, ehrlich gesagt, viel zu still. Also, das muss ja nicht immer. Aber ich habe gestern Montag, war das, ähm, die Walking Dead vorgeguckt. Die fand sie kacke. Also gestern war Walking Dead echt Müll. Die haben wieder 10 Milliarden Schuss Munition gehabt. Und die Gewehre hören sich so kacke an. Ich verstehe gar nicht, wie in der Serie, die so populär ist, so schlechten Sound haben kann. Okay, sind alles voll Anwälte oben. Wie gesagt, es muss ja nicht immer ein Feraler sein. Aber noch ist nicht aller Tag abends. Oh, ich kann, glaube ich, über die Platten gehen, ne? Das sieht gar nichts. Das sind einfach nur Gehwegplatten. Boah, was denn für hoch? Okay, einmal ringsrum. Wow, was für eine fette Aussicht. Da, guck mal. Die Fackel. Oh, was? Ich konnte rennen. Feral? Da liegt der Feraler Polizist. Ich glaube, ich sehe sogar seinen Kopf. Da. Oh Gott. Ist er gerade geplatzt? Oder hat er einfach nur Mordseinkommen lassen? Er ist geplatzt. Und wir kriegen seinen Loot nicht. Verdammt. Oh, die sind ja alle Ferrari. Scheiße. Schatz suchen. Müssen wir auch nochmal machen? Boah, dreimal Spiritus hat er dabei. Ich muss schneller sein als die. Oh, ich liebe diese Keule. Die ist einfach der Knaller. Der, 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 der. Okay, wir haben die Feralen besiegt. Tatsächlich. Auch den Kopf. Schade, dass er explodiert ist. Und dann holen wir uns nochmal den fetten Loot hier raus, ne? So. 20 Uhr verflucht. Silbernuggets nochmal. Genial. Oh, da geht es nochmal hoch. Aber ich glaube, da ist nix. Na, Müll bleibt Müll. Also Müll. Zack. Oh, Baby. Der Landeplatz. Haben wir gerade hausiert. Achtmal Spiritus. Wow. Na, zweimal dumme Tablette. Leer. Räumchen. 17er Fett. Wer braucht denn sowas? Alter. Was soll ich denn mit Fett? Okay. Vielleicht Boba Fett, aber den Fett nicht. Wow. Das ist die Frage. Da war noch ein Raum. Da würde ich eben auch sehr gerne nächtigen. Obwohl hier. Das ist keine Leiter dran. Ich dachte, da wäre eine Leiter dran gewesen. Der ist ziemlich sicher aus. Da war der Raum. Okay, das ist aber leicht. Wird es auf dem Dach. Jetzt ist es schon mal schlimmer. Weil eine Faralle einfach so explodiert. Was ich ziemlich langweilig finde. So. Herr Anwalt. Warum sind denn so viele Anweserungen? So. Haben wir noch ein schönes kleines Eckchen für uns. Wo wir uns auch halbwegs über Nacht so ein bisschen sichern könnten. Wenn wir müssen. Block Heater? Was ist das denn? Äh, Cosmetic. Okay, ja. Schade. Ich hätte hier etwas cooles gefunden. Äh, Motherboard. Nichts Besonderes. Äh, äh, äh. Was ist das? Treppenhaus? Hatten wir noch ein Haus? Irgendwas. Wie gesagt, die Fackel, dem muss man ja immer folgen. Oh. Wie hält man denn so viele Ackschläge aus? Sag mal ehrlich. Ein Papier, wie immer. So, ansonsten gibt es hier glaube ich keine weiteren Gebäude. Das ist das einzige, der Raum und da oben das Dach. Das ist spannend. Guck mal, die spawnen noch neu, oder? Kannst mal erzählen, was du willst. So. Nehmen wir mal die Fackel folgen. Und die hat uns ja dahin geführt, wo wir gerade waren, ne? Wir haben jetzt 21 Uhr. Ich komme nicht so schnell wieder runter, glaube ich, wie ich würde wollen. Ja genau. Und dann kommst du auf die Landefläche. Und hier kommst du dahin. Perfekt. Dann wissen wir jetzt, wie das Dach aussieht wieder. Schon lange nicht mehr drauf gewesen. Und ich glaube, da oben sind wir am sichersten, ne? Ich will mich noch nicht vererben machen. Wir haben erst 17 Minuten aufgenommen. Dys, Lampe! So, was machen wir denn jetzt? Da ist noch ein Horus mit noch einem Landeplatz. Ach du jemini. Und da war ja noch so eine ganz komische Stelle. Oh, viel zu hoch. Auch mit einer Fackel versehen. Ah, hier bin ich falsch. Problem, dass ich will nicht sterben. Auf keinen Fall. Da war kein Zaun. Der Zaun war... Was hat das denn immerhin? Ich kann nicht sagen, dass ich die alle übersehen habe, oder? So, ich weiß, das ist verrückt. Aber ich fühle mich hier gerade sehr sicher. Was ist das da? Atomsilo oder sowas, ne? Boah, wie es aussieht von oben alles. Irre. So, da unten drunter. Da kommen wir nicht hin, ohne Schaden. Oh, oh, oh. Oh, nein, 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 nein. Das war ein Bein, ne? Scheiße. Ich wollte nicht hier hin. Ernsthaft, da ist ein Loch. Ich würde mich jetzt nicht verarschen. Alter, hier komme ich doch nirgendwo lang. Das sind doch diese 3000er-Dinger. Okay, das ist sehr ungesund gerade. Ich bin hier total scheiße runtergesprungen. Also richtig dämlich. Nicht mit Absicht ganz. Ich wollte eigentlich rumgehen. Da war ja irgendwo noch eine Fackel am Boden. Ich riskiere einfach alles. Das geht sogar. Ich glaube das nicht. Wie runterfall bin ich tot? Mit einer Nacht. Okay. Okay. Alter. Hallo. Nein. Wow. Das ist Nacht. Wow. Ich habe es geschafft. Bis zu dem Punkt, wo ich hin wollte. Da wollte ich eigentlich hin. Wo die Fackel fackelt. Den kaputten Teeträgern. Und die Scheiß-Zäumis können rennen. Nein. Sollte ein gewagter Sprung werden. Ich bin glaube ich hier sicherer. Okay. Ist die kürzere Folge gewesen heute. Leider. Macht aber nichts. Es ist eh Nacht. Wir sind es der nächsten. Irgendwie muss ich hier wieder runterkommen. Und wenn Tag ist, wird das Ganze sehr viel angenehmer sein. Wenn ich mich jetzt verstecke. Ich bin auch versteckt. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ich habe auch eine Lampe. Aber du blieb mir nichts.